Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich habe ich gerade gedacht, ich habe Sinn an mir und bin fertig für heute. Da taucht plötzlich dieser Artikel auf von mein MMO. Das ist zwar nur ein Leak, aber es dreht sich alles um den nächsten Community Day im August und um den neuen Kampftag, der geleakt wurde. Leaks, wie gesagt, mit Vorsicht genießen, ist nichts Offizielles. Wir wollen das aber trotzdem mal kurz uns anschauen. Ah, die ist zurück. Wir wollen uns das trotzdem mal kurz anschauen und Meinungen dazu abgeben oder wie realistisch das ist. Wir lassen das einfach alles weg, gehen direkt zum Community Day im August und hier steht, was wurde gefunden. Im Code fand man heraus, dass Pokémon GO einen Community Day mit Carbador plant. Der Community Day im August 2020. Für ein späteres Event wäre das Quatsch und deswegen, man weiß es nicht, ist es so, ist es nicht so. Es kann sein, es kann nicht sein, es wurde was gefunden, es muss auf jeden Fall was bedeuten. August ist ja auch schon bald, den Termin wissen wir auch noch nicht, aber Carbador als Community Day? Ich mein gut, es gab mit Nebulak jetzt ein Community Day für ein Pokémon, was es vorher schon als Shiny gab. Es gab mit Pikachu einen Community Day, was es vorher auch schon als Shiny gab. Jetzt mit Carbador wieder ein Community Day, was es vorher schon als Shiny gab und Carbador auch das allererste Shiny, was je in Pokémon GO zu finden war. Das erste Shiny, was eingeführt wurde damals beim Wasserfest. Ich fand es noch so lustig bei dem Stream vorhin in der Trade Session, da hat ein Zuschauer ja auch gesagt, er hat damals sein Shiny Makabaya, nicht Makuhita, sein Shiny Makabaya getradet gegen ein rotes Garados. Weil niemand ein Carbador für ihn hatte und er bereut es eigentlich nachträglich auch. Ich habe ihm auch gesagt, Shiny Makabaya ist so selten, ist so viel mehr wert als Carbador. Und jetzt, das wäre echt die Krönung, wenn jetzt ein Carbador Community Day kommt mit Shinies, mit erhöhter Shiny-Rate, da kann er die roten Garadosen um sich rum werfen. Also ich hoffe, er beißt sich jetzt noch mehr in den Arsch als davor. Was heißt das ansonsten? Man kann natürlich Bonbons farmen bis zum Ende. Man kann sich ein paar coole Garadosen entwickeln. Garados kriegt ja auch noch eine Mega-Entwicklung. Garados, cooles Pokémon. Garados, cooles Shiny. Garados, cooles Shiny. Lässt sich auch auf jeden Fall vernünftig fangen, macht Spaß. Und wie genial würde das aussehen, wenn überall einfach diese Fische rumliegen und planschen auf der App rum, äh, auf der Map. Ich weiß nicht. Eigentlich müsste ich sagen, voll der Mist, weil das gibt's schon, das ist nichts Besonderes. Aber irgendwie würde ich es auch richtig feiern. Carbador als Community Day. Weiß ich nicht. Nehme ich auf jeden Fall mit. Finde ich sogar interessanter als Nebulak. Nebulak hat auch vielen noch gefehlt. Mir nicht. Aber ich finde Carbador einfach genial. Warum nicht? Dieses goldene Scheine, was zu diesem roten Garados wird. Und gönnt euch das. Wenn ihr das noch nicht habt, gönnt euch das. Ich hoffe, das kommt wirklich. Das wäre auf jeden Fall richtig genial. Wie findet ihr das? Habt ihr schon ein Shiny Carbador? Habt ihr schon ein Shiny Garados? Und würdet ihr euch wünschen, dass das als Community Day kommt? Schreibt's mal in die Kommentare. Außerdem wurde der nächste Kampftag eventuell geleakt. Den gab's bisher ja schon einmal mit Meryl. Ihr wisst, da konnte man einfach von 11 bis 14 Uhr in der Go Battle League spielen. Und bei jedem Kampf, den man mit Premium Pass gewonnen hat, gab's eine Pokémon-Belohnung. Ihr konntet also in einem Set mit 5 Kämpfen 5 Meryl bekommen. Und wenn ihr halt ohne Premium Pass spielt, habt ihr bei 5 Kämpfen immerhin noch 3 Meryl bekommen. Oder so war das, glaube ich. Die Shiny Rate von Meryl war erhöht. Man konnte also dieses grüne Meryl abstauben aus der GBL. Viele haben sich da ein paar rausgezogen. Manche sind auch leer ausgegangen. Viele hatten das vorher schon. Manche haben jetzt immer noch keins. Und jetzt sieht es wohl so aus. Im League entdeckte man, dass der nächste Kampftag wohl mit Taubsee läuft. Außerdem soll es dabei doppelt einen Sternenstaub für das Fangen von Taubsee geben. Jetzt fehlt wieder das Datum. Aber Meryl war ein kleines, unscheinbares Pokémon. Aber Taubsee? Ich glaube, bei Taubsee drehen erst recht alle durch. So genial wie Carbador ist als Community Day, so episch wäre es wahrscheinlich, Taubsee als Kampftag zu haben. Denn Taubsee ist das legendärste Pokémon der Welt. Wir wissen das alle. Schilling ist so sehr in der Go Battle League drin, dass er sich seinen eigenen Kanal Schilling Plus extra nur für die Go Battle League gegründet hat. Wenn er jetzt auch noch einen Kampftag mit Taubsee, seinem Lieblings-Pokémon bekommt, das wäre das genialste, was es gibt. Auch ihr feiert Taubsee. Jeder feiert Taubsee. Ich kenne niemanden, der Taubsee doof findet. Manchen fehlt noch das Shiny. Manche hat einen Shiny, der will die Familie voll haben. Oder es gibt vielleicht eine coole Attacke dazu. Oder bei Carbador auch zu Garados vielleicht eine coole Attacke dabei. Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die kommen für mich komplett überraschend. Man müsste eigentlich wirklich jetzt denken, Taubsee, Carbador, das klingt alles, als wäre es alles ein Scherz einfach nur. Wahrscheinlich haben die das am 1. April geleakt. Das ist einfach voll der Scherz. Aber man weiß, Niantic, die machen immer irgendwas. Deswegen, wir sind gespannt. Wird es so kommen, wird es nicht so kommen? Was sagt ihr aber dazu? Würdet ihr das feiern, wenn Taubsee als Kampftag kommt? Und habt ihr schon ein Shiny Taubsee? Jetzt hätte ich fast genießt, Genossen. Das war knapp, ne? Also, dann ist es auch schon vorbei. Genau diese zwei Sachen einfach. Carbador Sea Day. Taubsee Kampftag. Klingt wie ein Scherz. Aber ich glaube, das kommt wirklich. Wie findet ihr das? Feiert ihr das? Freut ihr euch darauf? Braucht ihr das? Braucht ihr das nicht? Sagt mal eure Meinung dazu. Das würde mich interessieren. Das war es auch jetzt wirklich von meiner Seite aus. Morgen werde ich eine Stunde streamen. Zwischendurch eine Stunde Rauchstream. Aus dem Go-Fest heraus. Und ansonsten werde ich morgen unterwegs sein. Und werde alles filmen. Alles, was so geht. Die Spezialforschungen. Kämpfe. Legendäre Sachen. Je nachdem, was so passiert. Wir wissen es selber immer noch nicht genau. Das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Pupsi wartet auch schon. Ich hoffe, Pupsi sucht schon einen Film raus. Hört sich auf jeden Fall so an. Ich glaube, ich habe die Playstation gehört. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß morgen. Viel Erfolg. Und weiterhin auf eine gute Zeit. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. END Dude. Djis. Untertitelung des ZDF, 2020